Gibt's ja nicht. Montag war ja schon ein blöder Tag für mich, aber Dienstag fangen wir nur mit Bronze an, das geht nicht. Das kann ich nicht bringen, bin ich selber unzufrieden. Hier kann man aber noch einen ordentlichen Spielraum haben, wenn man mal ein bisschen hier über die Linie kommt. Also muss ich schon sagen, ich sehe den Ghostlider nicht auf der Minikarte, deshalb weiß ich nicht.